Max Meier, der Weltklasse-Spieler. Max Meier, so hat ihn sein Berater eins genannt, hatte in den letzten eineinhalb Jahren viele Stationen, Fenerbahce, Köln, Midtjylland und jetzt wird es der FC Luzern etwas überraschend. Super überraschend, aber wir wünschen ihm alles Gute. Ihm ist wirklich nur zu hoffen, dass er da nochmal die Kurve bekommt. Ist auch nicht so weit mit dem Lambo dahin. Besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt, Gelsenkirchen, ab zum Steuerberater. Schön mit der bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich. Vielen Dank.